Ein neuer Tag beginnt in Deutschlands größtem Tiergarten, im Tierpark Berlin. Für Tierpflegerin Angelika Berkling wird es ein ganz besonderer sein. Dann werden wir mal hier die Schilder reinmachen. Heute kommen ja Alisha und Bagan das erste Mal auf die Anlage. Das ist, dass die Leute wissen. So, Schilder sind. Und dann werde ich sie mal rauslassen, die Mäuse. Anlage ist in Ordnung. Na dann, mal sehen, ob sie rauskommen oder ob sie hinten sitzen bleiben und sagen, nö, wollen wir nicht. Die beiden Tigerkinder Alisha und Bagan haben sich im Zoo Eberswalde kennengelernt und sind vor kurzem in den Berliner Tierpark umgezogen. Für Alisha heißt es Rückkehr nach Hause, denn die ersten drei Monate ihres Lebens hat sie hier verbracht. Das neue Revier ist allerdings für beide Jungtiere ein ungewohntes Terrain. Sie mussten erst mal ihre Übernachtungsboxen hinten kennenlernen. Und von daher waren sie jetzt halt noch erst mal hinten und haben da alles schön kennengelernt. Und ja, heute nun das erste Mal hier und das ist natürlich super. Für Angelika Berkling ist es das erste Wiedersehen mit Alisha seit drei Monaten. Die Tierpflegerin hat das Tigermädchen mit der Flasche aufgezogen und daher ein besonderes Verhältnis zu ihr. Mittlerweile kann das sechs Monate alte Jungtier aber schon gut auf sich selbst aufpassen. Ich wollte eigentlich nach Eberswalde mal fahren, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich hatte aber dafür ganz viele Besucher und Freunde, die dann doch mal nach Eberswalde gefahren sind. Und dass sie hier immer Informationen hatten, wie es ihnen geht und auch Fotos und auch kleine Filmchen. Deswegen war die Überraschung, wie große Jätze sind, nicht für mich so doll, weil ich es halt wusste. Die Zeit für die dort in Eberswalde war eine ganz tolle Zeit, glaube ich. Die Jäge war ihrem Alter und der Größe entsprechend natürlich angepasst. Aber dass sie jetzt eben für das Alter, wo sie ja jetzt so richtig in diese Wachstumsschübe kommen, hier die große Anlage haben, ist schon für die beiden jetzt rein von der körperlichen Entwicklung ist es natürlich toll, dass wir das so machen konnten. Zwischen Alisha und Dragan war es lieber auf den ersten Weg. Obwohl sie sich erst seit wenigen Wochen kennen, sind die beiden bereits unzertrennlich. Auch nach Wuchs wäre für die von Aussterben bedrohte Tierart ein Segel. Also die passen ja wirklich wie Latsch und Bommel zusammen. Also das muss man mal wirklich sagen. Der Tragan ist so ein netter, hoher Schildgalen, immer freundlich. Und wenn er mit ihr spielt, sobald sie eben laut gibt, dass es ihr zu doll wird, lässt er sofort von ihr ab. Also idealer kann man eigentlich ein Pärchen nicht haben. Der erste Tag im neuen Zuhause. Wunsch und Tiere sind zufrieden und fühlen sich wohl. Auch im Zoo der Hauptstadt dreht sich alles um die ganz Jungen. Im hiesigen Streichelzoo allerdings noch vor dem Gehege. Hallo Kinder! Hallo! Wollt ihr in den Streichelzoo? Ja! Ich habe euch Futter mitgebracht. Wer war denn schon mal hier gewesen von euch? Oh, so viele? Habt ihr die alle auch gestreichelt und gefüttert? Ja! Ich werfe es einfach immer nur hin. So, da hinwerfen ist nicht gut. Aber dann will ich... Ja, guck mal, ich habe hier Futter. Da kriegt ihr alle Futter. Dann nimmt das in der Hand, in der flachen Hand vorhalten. Ja? Ich habe... Und wenn das Tier nicht will, dann nicht einfach das Futter nachschmeißen. Die Fütterung kann beginnen. So, gehen wir mal zu den Schafen. Kommt mal hierher, kommt! Kommt mal! Jetzt nehmt ihr euch ein bisschen Futter raus. Ne, haltet mal die Hand auf. So, so. Weißen die uns? Nein, die beißen nicht. Nein, nicht so! Der Streichelzoo ist der einzige Ort der Anlage, an dem Körperkontakt zwischen Mensch und Tier erlaubt ist. Für viele Kinder eine lehrreiche Begegnung. Die Kinder sind nicht mehr sensibel auf Tiere, sondern entweder haben sie Angst oder finden es toll. Aber die verstehen die Gesten nicht mehr. Das ist ja der Umgang mit den Tieren. Die können sie ja bloß lernen. Das werden sie jetzt genau beobachten. Das Futter genommen und so. Bei vielen. Leider ist da so, da fehlt so diese Verwindung zu. Ein Computer, dem wird mehr Zuneigung zu Tage. Nicht fallen lassen. Brauchst du nicht fallen lassen. So, wer will nochmal? Die füttern wir doch einmal, dann gehen wir woanders hin. Ja, ihr wollt noch mehr. Na klar, auch, hallo. Oh je. So. Haltet das Futter hin. Na natürlich. Nicht quengeln. So. Und durchgehen. Geht einfach geradezu durch. Zusammenbleiben. Tierpfleger Mario Barabas sorgt dafür, dass die Streicheleinheiten seine Schutzlinge nicht zu viel bilden. Kommt da mal raus, die brauchen jetzt ihre Ruhe. Kommt da mal raus. Hallo, nicht jagen. Nein, nein, nein. Nein, nicht raus. Wenn? Ja, hier sind sie alle dran. Für die Tiere ist das kein Problem. Die haben automatisch einen Schalter und wenn sie genug haben, schalten sie den ein und dann schalten sie ab. Die sind auf Stand-by und dann muten sie einfach. Die haben mehr Nerven als wir. Die Kinder müssen lernen, wenn die Tiere nicht wollen, dass sie vielleicht auch mal treten oder zwacken. Ja, und dann ist es einfach so, dann hat man den Bogen überspannt. Mit anderen Worten, nur entspannte Tiere lassen sich streicheln. Ja, das ist doch einfach jetzt. Nur wenige Meter weiter gibt es im Aquarium Faszinierendes zu bestaunen. Schwarze Kompassquallen. Sie artgerecht zu halten, ist aufwendig und kostspielig. Deshalb sind sie im Zoos eine Seltenheit. Tierpfleger Daniel Strotzinski züchtet seit vielen Jahren die unterschiedlichsten Qualenarten. Auch die anspruchsvolle schwarze Kompassqualle. So sieht es aus, wenn wir eine neue Qualenart kriegen. Die kommen also in so ein kleines Röhrchen. Und das sind jetzt keine Qualen, sondern es sind die Polypen, die dazugehören. Und das sind wie kleine Anemonen, die setzen sich fest auf Stein oder auf Glas. Die werden erstmal in ein kleines Becken gesetzt, so wie hier. Und da sieht man, dass die jetzt zu Boden sinken und dann aber sich irgendwo einen geeigneten Platz suchen, um zu siedeln. Die haben also so einen kleinen Saugfuß, wo sie sich festhalten können. Und oben einen Tentakelkranz, wo sie halt ihr Futter fangen. Und so sieht es aus, wenn die dann erfolgreich siedeln. Also die größten hier außen rum, das sind die ältesten und die kleinsten, die gehen dann bis hier nach vorne rein. Und so siedeln die dann halt am Stein. Und dann kann man mit denen züchten. So, jetzt packen wir den mal wieder zurück, nicht dass die trocken werden. Das ist dann der Quallenkindergarten sozusagen, so kann man das sagen. Und ja, hier haben wir ein großes Becken auch wieder mit diesem Kühlsystem. Und da kommen die kleinen Quallen rein. Das kann man ja dann hier mal sehen, wie klein die überhaupt sind. Hier in diesem Stadion fangen sie schon an, langsam einen Schirm zu kriegen. Und dann machen die diese Umwandlung zur echten Qualle, also zu einer richtigen kleinen Qualle mit Schirm. Diese kleine Qualle wird Tierpfleger Daniel Strotzinski im Laufe des Tages noch füttern. Mit der Hand. Der Tierpark ist die neue Heimat von Alisha und Dragan. Tierpflegerin Angelika Berkling bringt den beiden sibirischen Tigerkindern ein kleines Begrüßungsgeschenk in ihr bis zu Hause. So, für die Möse. Du Petra, den Ball halt jetzt rufgelegt, ich gehe jetzt nach hinten und sperre die aus, ja? Ja, okay. Eine runde Überraschung für Alisha und Dragan. Doch die will erstmal gefunden werden. Schließlich gibt es in einem neuen Revier viele spannende Dinge zu entdecken. Also die Anlage gehört jetzt Ihnen. Und besonders auch das Wasser, also die sind absolute Wasserratten. Man sieht es ja gleich erstmal früh, ein Morgentoilette. Die beiden ergänzen sich prima. Und wenn man bedenkt, dass ja beide zu Anfang nur Menschen hatten als Umgang, haben sie jetzt so fein voneinander diesen Katzenumgang gelernt. Also da bringt immer der eine dem anderen bei, was wichtig ist. Sie rennt ihm ja immer hinterher. Also er ist ja immer derjenige, der so als erstes... Er ist auf jeden Fall mutiger. Das runde Begrüßungsgeschenk von Angelika Berblin kommt offensichtlich gut an. Das bringt die Zukunft, was aus den beiden mal wird. Ob die jetzt als Zuchtpaar in die nächste Einrichtung gehen oder ob sie beide einzeln vermittelt werden. Meine wünschenswert wäre es, wenn sie beide zusammenbleiben. Denn das ist ja so ein schönes Pärchen. Und ich meine, wenn die jetzt zusammen groß wären, die haben ja keine Angst voneinander. Wahrscheinlich würde er sich dann auch eigenen als Familienvater, weil sie ja ständig mit ihm zusammen war und ihm vertraut. Eine echte Tiger-Freundschaft. Ja! Kuck mal, der deckt die schon. Ei! Sag mal, ein bisschen frühreif, Junge. Ist ja wohl unglaublich. So früh kannst du noch nicht üben. Genau, hau auf. So, da haben sie jetzt mal alleine hier. Die haben mit Wasser, die haben die Kugel, denen geht es nicht schlecht. Und die haben die Besucher und wir haben noch Arbeit. Um sich haben die beiden natürlich auch noch. Nicht weit entfernt hat es bei den Morgazellen Nachwuchs gegeben. Ein Glückswald. Und die Tierart ist nahezu ausgestorben. Unsere Morgazellen-Fuchti war wieder sehr erfolgreich. Aber leider wollten zwei Mütter nicht aufziehen, wie schon im vorigen Jahr. Ein Kind hat es leider nicht geschafft, aber das andere Kind haben wir noch. Wir haben jetzt insgesamt drei Mädchen. Von zwei werden aufgezogen und eine ziehen wir jetzt mit der Flasche auf, aber sie bleibt bei ihrer Mutti. Damit die sich erst gar nicht dran gewöhnt, dass man so ein Kind nur hinlegt und dann geht man seiner weh. Das wusste ich mich nicht gedacht. So, einmal beim Wasser hier. Die hat sich auch schon ganz gut entwickelt. Anfangs hatte die mächtige Weiche abgenommen. So haben wir ja dann bemerkt, dass Mutti wirklich herrnisch macht. Bei Ablegern ist es nämlich immer so eine Sache überhaupt festzustellen, ob die was machen. Weil die Kinder legen sie einfach nur hin und man merkt nichts. Man muss wirklich wiegen um rauszufinden, ob die zu trinken kriegen. Und bei ihr haben wir dann gewogen und haben dann leider feststellen müssen, scheint sich wohl nicht zu kümmern. Das sind jetzt hier unsere drei Damen. Alles ist gut. Mit ihren drei Kindern. Geht mal rüber, genau. Mäuschen. Mäuschen, guck mal. Ja. Ja. Ist schön zu draußen. Hallo. Na los, krabbel, krabbel. Krabbel, krabbel. Steh mal auf. Plan ist, dass du mir entgegen herankommst, wenn ich komme. Aber das ist heute schon die dritte Flütterung, da ist der Hunger nicht mehr ganz so groß. Genau. Noch etwa vier Monate lang wird Reviertierpflegerin Claudia Walter das gerade mal zwölf Tage alte Garzellenmädchen mit der Flasche füttern müssen. Komm her. Ja. Alles schön, ne? Da wird natürlich immer weniger dann, ne? Sie frisst ja irgendwann dann mit, so ab zwei, drei Wochen wird sie mit anfangen mit rumzuknappeln. Und dann machen wir natürlich auch ein bisschen weniger Milch dann. Das wird dann nachher ein bisschen mehr Wasser immer in die Flasche machen, weil das Abschnitt eben nicht so abrupt ist. Ja. Man hat ja inzwischen auch gelernt, dass man mal den Nuckel loslassen muss, ein bisschen Luft ziehen, damit eben die restliche Milch hier nachkommt, ne? Ja. Schöner Milchtritt. Verliegen. Ja. Ja. Schon wieder alle. Ja. 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 Den Nuckel nimmst du eigentlich erst seit drei Tagen richtig alleine. Vorher haben wir mal den Mund ein bisschen aufgemacht. Ja, damit du den... Wir warten. Wir haben den bisschen an der Seite mal reingesteckt, damit sie es dann loslegen konnte. Und nun hat sie inzwischen gelernt, dass man einfach den Mund aufmacht und dann kommt auch Milch. Haben wir nämlich geübt, ne? Haben wir das geübt? Ja. Ist kaputt, war Dicke. So den ganzen Tag hier draußen erstmalig. Namen haben sie alle drei ja noch nicht. Weil wir haben uns nämlich überlegt, schön wäre ja, dass es ja nur drei Schwestern sind, wenn man irgendwas nimmt, was so zusammenhängt. So wie Hänsel und Gretel oder Max und Moritz. Also irgendwelche drei Schwestern. Oder die in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Pflup, von mir fallen. Vielleicht für den drei Engel, für Charlie oder Tic-Tac-Toe. Oder ich habe schon überlegt, vielleicht die niederländischen Prinzessinnen sind ja drei Mädels. Die fangen ja auch jeweils mit A an, wäre ja auch schön. Irgendeine hatte ich schon die Idee, die Simpsons. Nimmt man die Zeichentrickserie als Vorbild, könnte der neue Name des Gazellenmädchens Maggie lauten. Genauso süß ist sie auf jeden Fall. Nicht weit vom berühmten Eingang des Berliner Zoos entfernt. In den Unterwasserwelten des Aquariums kümmert sich Tierpfleger Daniel Strotzinski um die Aufzucht der schwarzen Kompassqualle. Mit Körpereinsatz. Also dann fangen die an, richtige Räuber zu werden, richtig viel zu fressen. Und die kriegt dann ihr Futter mit der Hand. So gehe ich halt sicher, dass die was bekommt und das Wasser bleibt weiterhin sauber. Ja, da kommt sie nämlich. Und hier kann man auch am Schirmrand schon sehen, die ganzen Tentakel, die die schon ausgebildet hat. Gerade mal so groß wie ein Fingernabel und schon ein richtiges Raubtier. In dem Alter kriegen die fünf- bis sechsmal täglich, immer wenn ich vorbeikomme, dann hänge ich mir hier meinen Becher hin. Und immer wenn ich vorbeikomme, kriege ich die halt ein Stück. Also so oft, wie es eigentlich geht. Schließlich soll aus dem Quallenkind in ein paar Wochen ja eine große Qualle werden. Die ist jetzt circa vier, viereinhalb Monate alt und die hat jetzt genau das richtige Alter, um in das große Becken zu kommen. Die kommt jetzt dazu und kann jetzt richtig gut wachsen. Faszinierend. Welch ein Farbenspiel im Aquarium. Hier können sie schön groß werden, weil hier haben sie viel Platz und können gut fressen. Und wenn man genau hinguckt, so gegen das Licht, dann sieht man, dass die so einen ganz leichten Farbstich schon haben. Also ganz leicht kommt schon die Farbe durch. Also das dauert jetzt noch so circa drei Monate ungefähr, weil jetzt geht's ganz schnell. Jetzt wachsen die ganz schnell, wenn die richtig gut Futter kriegen, dann kann man denen beim Wachsen zugucken. Zum Glück gibt's genug Platz. Eine ausgewachsene schwarze Kompassqualle kann zweieinhalb Meter lang werden. Mit einem Schirm von 50 Zentimetern Durchmesser. Mitten im grünen Tierpark liegt das Gehege der Chapman Zebras. Auch bei ihnen hat sich Nachwuchs eingefunden. Privierte Pflegerin Claudia Walter stattet den Zebras einen Besuch ab und hat Brötchen im Gepäck. Schön ruhig scharren. Jetzt sind wir hier bei den Chapman Zebras. Und hier haben wir ein kleines Fohlen, das ist drei Tage alt. Kleiner Hengst. Wir hätten uns über eine Stunde natürlich mehr gefreut. Aber letztendlich freuen wir uns jetzt hier über jedes Fohlen, denn wir hatten seit 13 Jahren keine Chapman Zebra Fohlen. Die wir jetzt da sehen, das ist die Almera. Das ist unser letztes Fohlen gewesen vor 13 Jahren. Aber sie macht alles super. Obwohl sie ja nie lernen konnte, wie man eventuell irgendwas macht, weil es ja keine Fohlen mehr gab. Denn unser alter Zuchthengst, der Kapral, der war dann irgendwann verstorben, wirklich aus Altersgründen. Und dann hatten wir lange keinen Hengst. Und dann kam vor fünf Jahren der Scharan, da war er ungefähr ein Dreivierteljahr alt. Und der hatte hier natürlich ewig nichts zu melden bei den Damen. Der sollte immer nur in der Ecke stehen und möglichst nicht mal gucken. Der hat wirklich viel Dresche bezogen. Der kleine Hengst steht noch unter dem Schutz seiner Mutter. Aber auch für den älteren Zebra-Hengst ist langsam wieder Ruhe eingekehrt. Und dann gibt es diese Haremsstruktur. Ein Mann und ein Haufen Frauen. Und die haben untereinander eine richtige Hierarchie. Und wenn dann der Hengst mal abwesend ist, wo auch immer er in Afrika denn ist, halten die einfach mal ihren Platz frei. Wenn der dann lange genug nicht wiederkommt, kommt eventuell ein neuer Hengst. Und sollte der alte Hengst wieder auftauchen, zieht wirklich der neue Hengst wieder von dann. Und die mussten jetzt hier erstmal, er musste wirklich seinen Platz finden, erstmal erwachsen werden, dann seinen Platz finden. Und nun hat es Donner geklappt. In einer Hinsicht fällt das Fohlen aber jetzt schon aus der Reihe. Das ist übrigens ein Sonntagskind. Und eigentlich heißen die hier alle, weil die aus dem Opel zumal kamen, Almera, Serena, Charan, Calibra, wollten wir eigentlich bei der Automarke bleiben. Aber da an dem Tag unser Kurator Dr. Florian das Gebotstag hat, haben wir nur beschlossen, der heißt Florian. Weil er hat es nämlich nicht geglaubt bis zum Schluss, dass wir hier wirklich in ein kleines Zebra bekommen. Wir wären stolz. Ich glaub, die wollen lieber so ein Stück weg hier heute. Vielleicht probiert auch Florian dann mal ein Brötchen. Die Tropenhalle im Alfred-Brem-Haus. Neben vielen anderen exotischen Tierarten sind hier auch die indischen Wesenflugrunde zu Hause. Nur der vier Monate alte Timmy muss erst noch vorsichtig an sein neues Revier gewöhnt werden. Seine wichtigste Bezugsperson ist Tierpflegerin Diana Grögor. Hallo, hallo, hallo. Hast du gut geschlafen? Ja. Ja, 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 ja. Komm mal her. Komm mal her. Hatte zwei Tage frei, nicht? Komm mal her. Na, komm mal her. Na, ihr kuschelt ja schon. Das stört doch los. Der war richtig gut duft in den letzten Bildtagen. Das ist schön. Aber wenn wir ihn heute in die Halle setzen wollen, müssen wir uns erst mal seine Aue angucken. Guck mal her. Einmal aufhängen, bitte. Hätte es immer noch ein bisschen offen war. Oh, Mann, ey. Was genau passiert ist, können wir gar nicht sagen. Er war ja schon mal kurz unten. Das ging auch alles wunderbar, bis die Anna dann festgestellt hat, dass er eine Verletzung am Flügel hat und die musste behandelt werden. Er hat auch vom Doktor eine Spritze bekommen. Ja. Er kann mit der Verletzung jetzt nicht richtig fliegen, aber es ist einfach für ihn besser. Da ist er unter Adinussen. Genau. Und da kann er sich besser ausbreiten, weil hier haben wir auch wirklich die Angst, dass er sich immer wieder anstößt mit der Verletzung. Und dass sich das immer wieder entzündet. Ich denke, da werden wir noch mal so einen Ausspray rausmachen. Warte mal, das habe ich jetzt hier hingestellt, damit es gleich am Ort ist. Und dann werden wir es einfach probieren. Wer will blaue Hände haben, du? Ja, können wir machen. Okay. Dann können wir das einfach probieren. Ja, 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 ja. Naja, aber du weißt ja, wie Jungs mit der Zeit dann sind. Du, der riecht übrigens schon öfter mal wie ein Junge. Das ist nicht mehr der kleine Timmy. So, guck mal. Soll ich irgendwas halten? Ja, Ablenkung, das ist alles, wie bei kleinen Kindern. Hallo, hallo. Das Schöne ist, man hat immer gleich auch blaue Fingernägel. Hallo, hallo. Man braucht sich nicht mehr lackieren. Das ist immer schwer. Das zur Desinfektion sozusagen, damit die Wunde verschlossen wird und diese Entzündung ein bisschen abgekapselt wird. Weil wenn wir ihn jetzt in der Halle hängen, ist sie genauso wie hier, wenn wir Obst aufhängen und alles, sind ja alles nicht mehr hygienisch rein, beziehungsweise die Bakterien, das sind Pflanzen. Und damit im Prinzip die Wunde verschlossen ist ein bisschen und sich noch nicht weiter entzündet, machen wir da so einen blauen Spirac. Scheint ja nicht zu brennen, sonst hätte er mehr Theater als er gemacht. Ja, aber lass uns das mal ruhig versuchen und jetzt versaust du dir auch gleich unter den Hemden. Nein. Warte, warte, warte. So, dann wollen wir jetzt in die Halle gehen, mal probieren. Na, dann wollen wir mal los, ne? Für Timmy heißt es jetzt, aus dem kleinen Käfig in die große, weite Welt der Tropenhalle. Unweit vom Löwentor des Berliner Zoos liegt der Streichelzoo. Hier ist die Stimmung gerade ein wenig angespannt. Die jungen Zwergziegenböcke wurden von ihren Müttern getrennt und die werden schmerzlich vermisst. Das war die ganzen Tage, war hier Riesentheater, weil für die Mütter war es was Neues, dass die Jungtiere weg sind und trotzdem noch in Reichweite sind, können aber nicht mehr säugen. Naja, also die Schrei war groß und wir sehen jetzt da hinten, da ist die Blondie, die ist ganz schwierig. Die ist mit ihrem Sohn noch so verwachsen, dass sie etwas Schwierigkeiten hatten, sie einzusperren in den letzten Tagen. Sie ist immer hier stehen geblieben und da mussten wir sie wirklich schon sehr energisch in ihr Gehege drücken. Auch wenn es keinem der Beteiligten gefällt, die Trennung war dringend notwendig. So. Na Kinder, jetzt ist es gut. Jetzt im Spätsommer haben die Jungtiere hier im Kinderzoo, gerade die männlichen, haben jetzt keine Außenhaltsberechtigung mehr. Also wir müssen die trennen, weil die Böcke dann doch schon mit vier Monaten geschlechtsreif werden und ihre eigenen Mütter belegen können. Und die haben wir jetzt auch am Kind dazu gestellt, dass die Mütter noch Kontakt mit ihnen haben, rein optisch und akustisch. Aber sie können den Müttern nicht zu nahe kommen. Das wollen wir natürlich vermeiden, um nicht ungewollt Jungtiere zu haben. Die Böcke werden bald von einem Schäfer abgeholt und bekommen dann ein neues Zuhause. In der Tropenhalle des Alfred-Brem-Hauses soll der indische Riesenflugh-Kund Timi beiden leben. Vorher muss er aber erst langsam an sein neues Zuhause gewinnt werden. Das muss für den Kleinen ja jetzt total aufregend sein, die ganzen Stimmen, wa? Ja, klar. Wir bringen euch zuwachs, ihr Lieben. Was ist da jetzt? Schau mal, mein Großer. Du kennst doch alles schon. Du kennst doch alles schon. Du kennst doch alles schon. Aber ich glaube, er macht viel nicht. Das ist ein Einrufer. Hier kann er richtig klettern. Hier ist die Weite. Hier ist Sonne vor allen Dingen, was ja auch wichtig ist für Jungtiere, für das Wachstum. Hier kann er sich satt essen, weil hier hängt ganz kiel und hier wird er nicht limitiert. Das war ja auch so ein bisschen unser Problem, als wir ihn das erste Mal in die Halle gesetzt haben. Da hat er sich Kugel rund gegessen und da war er richtig schwer. Also ein Fliegen zu schwer. Unverwöhnt. Unverwöhnt natürlich, nur die besten Sachen. Da mussten wir auch so ein bisschen kleine Einheit machen, weil er soll ja in die Länge wachsen, also größer werden und nicht in die Breite wachsen. Das hat man hier so einen kleinen Pummel zu hängen. Beim ersten Besuch in der Tropenhalle hatte sich Tim direkt verletzt. Wir wissen eben nicht, ob es nochmal zusammenwächst, diese Knochen. Die sind ja wirklich jetzt auseinander und in der Stellung können sie eben nicht mehr zusammenwachsen. Aber man kann es eben auch nicht entfernen, weil es ist wichtig für die Flughaut. Die ist so durchblutet und da würden wir, denke ich mal, mehr Schaden anrichten, wenn wir da jetzt operativ oder irgendwas machen würden, als wenn wir das jetzt einfach zusammenheilen lassen. Und in der guten Hoffnung, dass sich das irgendwann mal richtig verkapselt und er dann weniger Schwierigkeiten einfach damit auch hat. Für einige Stunden wird Tim jetzt alleine bleiben. Naja, nicht ganz allein. So Süßer, jetzt gehen wir denn los, ja? Viel Spaß dir. Bis nachher. Tschüss. Ich bin gerade. Endlich. Sturmfreie Uge. Jetzt hat Timi genug Zeit, um sein zukünftiges Revier besser kennenzulernen. Diesmal hoffentlich unverletzt. Im Tierpark gibt es seit kurzem eine neue Tierart zu bestaunen. Giraffen-Gazellen, auch Gerunuchs genannt. Die jüngste von ihnen ist gerade mal vier Monate alt. Wichtig ist bei denen, man sieht ja, was die für ein schmales Gesicht haben. Und ein schmales Mündchen, dass man wirklich nur ganz feines Laub nimmt, Kleinblatt ist. Also ein großes Ahenblatt bringt ihnen gar nichts. Das kauen sie nur durch und spucken es wieder aus. Jetzt guckt ihr. Und sehen tun wir jetzt den Jeff, die Amelia. Und ganz hinten ist unser ganzer Stolz, das ist unser Jungtier. Wir haben jetzt auch schon einmal gezüchtet. Der ist so albern. Die Riesenohren hatte der schon bei der Geburt. Dann guckte der einen an. Wie E.T. sah der aus. Vor der Geburt des kleinen Tayo war die Aufregung groß. Vorbereitet haben wir uns wirklich bis zum geht nicht mehr eine Waage und Milchpulver und eine Box organisiert und eine Wärmflasche. Weil es war im Winter, dass er kam, dass man ihn hätte mit nach Hause nehmen können, ihn aufzuziehen und dann hat so alles perfekt gemacht. Sind wir stolz drauf. Und er ist auch gar nicht so hektisch. Deswegen werden in Amerika nämlich die Tiere per Hand aufgezogen, weil die so hektisch sind. Ja, eigentlich nicht. Tayos Eltern stammen aus amerikanischen Zoos und sind im Rahmen eines Erhaltungs-Zuchtprogramms nach Deutschland gekommen. Auch das Männchen Jack stammt aus den USA. Da er ein bisschen kecker ist als die anderen Giraffen-Gazellen, ist er in einem separaten Gehege untergebracht. Wir üben mit ihm so ein bisschen. Wir klettern nämlich auch immer ganz gerne hoch. Du siehst das alles schon, geht gleich los. Ja. So. Und du benimmst dich? Weil? Nein. Nö, 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 nö. So. Es geht nämlich immer ein bisschen so nach seiner Nase. Hier, komm mal hoch. Na los, komm mal hoch zu mir. Komm mal. Hier irgendwas jetzt. Fein. Genau. Und dann steht... Nein, 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 nein. Also... Also manchmal hat er eben auch so seine fünf Minuten, da mag er nicht. Guck mal hier oben. Hier. So ist es. Nicht. Den kann man natürlich auch ganz cool abwehren, weil das ist jetzt hier Abwehrverhalten. Guck mal hier. Und jetzt, wenn die miteinander kämpfen, dann hauen die auch von unten immer richtig den Gegner in die Beine. So. Jetzt soll ich hier, wenn wir was vorsichtig zumachen. So. Jack will heute lieber kämpfen. Claudia Walter nicht. Kannst wieder hochkommen. Allt gut. Bis Tayos Geweih zu wachsen beginnt, wird es noch etwa fünf Monate dauern. Ja, in Afrika wird er nämlich selten älter als neun Jahre, weil sie immer pausenlos kämpfen müssen. Man kann eben auch nur ein Männchen und mehrere Weibchen funktionieren, aber mehrere Männchen überhaupt nicht. Dann wird pausenlos gekämpft und dann sind sie halt auch mal eher weg. Und erst hängt auf der Zielgeraden schon. Im Gegensatz zu Tayo. Denn das Jungtier hat noch viel Zeit, um die Welt zu erkunden. Im Halbaffenhaus des Berliner Tierparks wartet die junge Diana-Mehl-Katze Rea sehnsüchtig auf den Abend. Dann darf sie nämlich über Nacht das Revier verlassen und mit einem Tierpfleger nach Hause fahren. Der Grund? Rea wurde von ihrer Mutter nicht angenommen, raucht spät abends aber noch die Flasche. Heute ist Fabian Wilke mit der Nachtschicht dran. Für unsere kleine Rea. Auswärtsübernachten Ja, auswärts übernachten. So Süße. Wo bist du denn? Ah, in deinem Köppchen. Geht es jetzt los? Oh ja, komm her. Hey. Na, kannst du es wohl gar nicht erwarten. Hey, nicht abschmieren. Nicht so cool. Gut. Wir hatten es zwar schon manchmal, dass er dann irgendwo oben hing. Aber eigentlich weißt du, wenn das Körbchen kommt, dann weißt du es entweder jetzt zur Mittagspause, ein bisschen bespaßt werden oder es geht dann abends nach Hause. Und jetzt ist sozusagen die Zeit, wo es dann langsam heißt, ab nach Hause. Spiele, Kind. Komm her. So, finito für heute. Von wegen. Bleib. Aufgedreht. Bring Ruhe in dein Leben, Süßer. Aufgedreht. Bring Ruhe in dein Leben, Süßer. Wohl erzogen, wie sie ist, hinterlässt Ria wenigstens eine Abwesenheitsnotiz. Dann geht es mit dem Fahrrad durch den weitläufigen Tierpark in Richtung Auto. Auch für die Innenkratzen gelten die deutsche Straßenverkehrsordnung und die Anstabpflicht. Ja, dann können wir jetzt loslegen. Ruf nach Hause zu Tierpfleger Fabian Behnke. Das nächste Mal ist dann wieder ein anderer Kollege an der Reihe. Das macht jeder so, wie er eben Zeit hat. Also wir haben einen Kalender und da ist eben Montag bis Sonntag. Und jeder kann sich da eben eintragen an dem Tag, wo er theoretisch Zeit hätte und sie gerne mitnehmen würde. Am Anfang war sie ja auch noch bei Weitem nicht so mobil wie jetzt. Also jetzt muss man ja schon echt aufpassen, dass sie den Korb nicht von selber öffnet. Doch wer will schon im Korb bleiben, wenn die Fahrt durch die Hauptstadt geht? Nicht rauskommen, Süße. Aua. Nicht beißen. Für Ria kann jetzt die Pyjama-Party beim Pfleger beginnen. Vor dem imposanten Eingang des Zoos werden die Besucherschlangen immer länger. Ein Grund für ihr Interesse, das Dromedar-Revier. Komm mal, Samina, komm. Hab was Schönes für euch. Samina? Samina? Na, siehst du die ja. Dromedar haben zwei und Kamele ein oder umgekehrt? Das sind alle Kamele. Also das sind alle Kamele. So, ein Dromedar hat ein Häuker und alles was zwei Häuker hat auf der Erde sind Trampeltiere. Die heißen Trampeltiere. Wir nehmen auch so immer. Nee, zwei Häuker, das haben meistens die Frauen nennen. Kurze Nachhilfe im Kamele-Kunde. So, du musst mich beilen. Samina. Ganz vorsichtig. Arabella. Mh. 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 Kommt mal, Kinder. Kommt. Mh. 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 Arabella, Samina. Arabella. Mh. 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 Mir fehlt der Hengst. Den hatten wir zwölf Jahre, 13 Jahre war er hier fast, ja und hat ja auch für acht, neun Kinder gesorgt. War auch alles sehr schön und dann sei ja leider uns verloren gegangen. Immer Yasmina, Muttermann Ben und Tochter Samina. In der Frauen-WG ist Mario Barabas ein gern gesehener Gast. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Die Fütterung wird bei so viel Hingabe zu einer kleinen Geduldsprobe für den Tierpfleger. So, das wird mir jetzt doch ein bisschen viel. Ich versuche es mal auf dem Boden zu verteilen. So. Ja, drei Damen vorm Grill, vorm Grill. Das ist doch ja Brigitte, Mira und das Jungchen und das andere ist die Brigitte Grotum. Aua! Nicht beißen, nicht beißen. Lieb sein vor allem. Du musst immer richtig doll lieb sein. Verstehst du das? Du darfst keinen Blödsinn machen. Du darfst nie Blödsinn machen. Immer richtig doll lieb sein. Das ist ein Grundsatz. Das ist an mir. Muss lieb sein. Der Pfleger. Ein drummender Flüsterer. Ja. Nein, ich küsse dich nicht. Nein. Das tue ich nicht. Nein. Tierpfleger Fabian Behnke ist mit Rea zu Hause angekommen. Die ist schon ganz ungeduldig. Bleibt mal drinnen. Noch nicht. Ganz gleich. Bin gleich da. Boah, jetzt wirklich. Kannst du auch gleich los toben. Komm her. Ja. Rasant wie immer. Süßer, komm her. Komm her. Genau. Nicht da irgendwo in die Küche ran. Ist nicht so gut. Komm her. Gibt's auch gleich Flasches, Süßer, ne? Kennst du schon, wa? Ja. Süßer, ich muss die erst noch machen. Warte mal. Lass mir hier. Ich bin nicht so ganz kurz sicher. Genau was zieht. Ja. Ich weiß, du hast Hunger. Gibt's gleich was. Bleib mal kurz hier. Ja, ist ja gut. Zwei. Zwei. Ja, also ist das noch ein bisschen heiß. Warte, ich muss es noch mal ein bisschen kalt stellen. Geduld gehört, wie bei allen Kleinkindern, nicht gerade zu Rias Stärken. Na, ist noch ein bisschen, noch ein bisschen warm. Süßer. Hey. Komm her. Ja, du Tobisch. Du willst auch nur toben, ne? Kleines Gespenst. Gleich haben wir ja doch noch mal was Hübsches, was uns die Jungs hier für dich eingepackt haben. Guck mal, was wir in dem Zauberbecher noch haben. Ah, kein Traum. Willst du eine? Da sagt man nicht nein, wa? Steht die ja nicht irgendwo hin. Ist immer dann abends noch ein bisschen heiligalli und Action. Ist das schön. Feierabend, total überschätzt. Und tschüss. Ja. Komm her, Süße. Auch wenn du gerade deine Weintraube frisst. Komm her. Ja, wenn man natürlich ein riesen Stück Weintraube im Mund hat, dann geht das nicht so gut, ne? Einzelbetreuung vom Feinsten. Für Rhea. Die letzten müsste ich gleich mal gucken, wann sie die kriegt, ob sie die jetzt noch um zehn oder schon um neun erst kriegt. Weil wir sie langsam runterschrauben, damit wir sie eben dann nachts im Tierpark lassen können. Wieso denn nachts im Tierpark lassen? Bei den Tierpflegern zu Hause ist es viel schöner. Ja, und irgendwann so zwischendurch penst du dann mal so für zehn Minuten weg und danach ist sie wieder wie so ein Stehaufmännchen und rennt hier wieder ihre Kreise. Und dann abends packen wir sie ein und dann geht sie schlafen. Bloß sie ist noch ein bisschen einfacher. Sie fängt dann nicht an rumzumeckern, sondern dann ist froh und dann ist gut. Man ist ja schließlich Gast. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020